Er ist eine Größe hinter großen Selbstdarstellern, jedoch beides in einer Person. Er ist Manager und Musiker seiner Marke. Als One-Man-Betrieb bearbeitet er über 1000 Anfragen für seine Auftritte jedes Jahr und das seit Jahren. Für 200 Live-Auftritte entschließt er sich letztlich jährlich. Dazu kommen zig TV-Auftritte und Radiointerviews im deutschen Sprachraum und über 100.000 Autokilometer Jahr für Jahr. Glückliches Publikum sowie Gold- und Platinschallplatten belohnen seinen bisherigen Weg. Erfolgsmusiker Marc Pircher spricht mit mir über sein Leben und seine Werte.